Wir sind hier in Vorderhornbach, neben mir Lieselotte Pahlmichl. Schön, dass du Zeit nimmst, mit uns ein Gespräch zu führen. Es freut mich, es ist mir eine große Ehre, dass die Presse heute im Haus ist. Viele vom Tal kennen dich als profunde Geschichtslehrerin. Viele Kinder wissen, da waren einfach immer spannende Geschichten, wenn die Lotte mit uns Stunden durchgebracht hat, hat viele Ideen verwirklicht in der Neu-Mittelschule. Eine Idee, die du verwirklicht hast, war vor vielen Jahren, du wolltest ein Buch schreiben und hast auch geschrieben. Und damals ist das Buch ausgekommen, die Kinder der 1950er-Jahre. Warum hast du das Buch damals geschrieben? Ich habe das Buch geschrieben, weil ich eben oft in der Schule, wenn ich erzählt habe von meiner Kindheit, als wenn es sich ergeben hat, da haben ich die so groß angeschaut und also die konnten das nicht glauben. Und da habe ich mir gedacht, man müsste es eigentlich aufschreiben, weil das für unsere Kinder schon eine ganz fremde Welt ist. Und ausschlaggebend war dann meine Enkelin Anna, der habe ich auch öfter etwas erzählt, da hat sie gesagt, gell, Oma, das war im Mittelalter. Da habe ich mir gedacht, na so ist es jetzt auch wieder nicht. Es sind ungefähr 60 Jahre vergangen. Jetzt schreibe ich einmal auf, wie wir die Sommer verbracht haben. Also abgeschieden vom Dorf, vier Monate auf der Alm und da kam wirklich niemand. Und wir haben uns aber sehr kreativ beschäftigt mit dem, was da war, mit Steinen und so weiter. Und ich habe das aufgeschrieben nach Jahreszeiten. Und ich muss sagen, die Leute freuen sich, überhaupt bei Lesungen und so. Es ist dann weniger mein Buch, als dass es mir dann gelingt, ihre eigene Kindheit hochkommen zu lassen. Und da hat es schon sehr viel Freude verbreitet. Viele werden dann wahrscheinlich denken, ja genau, so war es, so haben wir das auch erlebt. So haben wir gespielt, so einfach haben wir gespielt mit Tannenzapfen, mit dem und so weiter. Und jetzt ist schon oft an mich die Frage gekommen, wann schreibst du da weiter? Und im Moment denke ich, ich werde weiterschreiben. Aber es war dann in meinem Kopf zwei Jahre lang eigentlich der Wunsch, das wollte ich eigentlich immer schon, einen historischen Roman zu schreiben. Und der liegt jetzt bei uns da am Tisch. Anna, das Weib, die Frau von Andreas Hofer. Warum gerade die Frau? Also ich muss sagen, bei den Recherchen, ich habe viele Recherchen über den Andreas Hofer, bevor meine Lehramtsprüfung und so weiter, habe ich mich intensiv mit dem beschäftigt, weil der so der erste Held meiner Kindheit war. Also bei uns war es in der Volksschule, ich habe noch eine Oberstufe besucht, da war es anscheinend auch im Lehrplan, immer am 20. Februar, der Todestag von Andreas Hofer, war eigentlich der Vormittag, hat dem Andreas Hofer gewidmet. Und da habe ich ihn dann schon sehr verehrt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, und was war mit seiner Frau? Von der hört niemand etwas. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, ein relativ kurzer Artikel, Anna, die vergessene Frau. Und den habe ich gelesen, und der Schluss hat mich dermaßen fasziniert, was die sich getraut hat, vor 200 Jahren, dass ich mir gedacht habe, die Frau hole ich aus dem Vergessen heraus. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine für sich eine Frau dahinter, die einfach wirklich ihren Mann dazu steht. Was war das Besondere an der Anna? Das Besondere war an der Anna, ich meine, man muss schon sagen, das war eine große Liebe. Also sie hat sich da sehr verliebt. Und sie kam eigentlich aus reichem Haus, aus dem Etztal, und ist mit dem Andreas Hofer dann ins Bersaiertal gezogen und hat relativ, ja, schon viel durchgemacht. Sie war eher eine verschwiegene, eine duldsame Frau, nicht die, die sich hervorgetan hätte, aber dann, als alles verloren war, als der Andreas Hofer gefangen genommen wurde und sie mit den Kindern in die Schneeberge zu den Kernen flüchten musste und am Weihnachtsabend 1809 dann mit dem Sohn, mit dem einzigen Sohn hinaufging, weil sie gesagt hat, ich habe ihm versprochen, in guten und schlechten Zeiten zu ihm zu stehen. Und dann war sie dann oben und dann sind sie ja verhaftet worden, weil er verraten worden ist, auch sie, und sie musste dann zusehen oder musste dahinter hergehen, ihren Sohn und diesen Schreiber Sweet hatte man dann ein Seil angebunden, sie musste hinter ihm gehen und die haben verlangt, er durfte nicht einmal die Schuhe anziehen und barfuß bis Meran herunter im Schnee. Und sie sah die Blutstropfen im Schnee ihres Sohnes und damals hat sie sich schon gesagt, ist das mein Kreuzweg, hat sie gesagt. Sie waren ja sehr fromm, anders hätten sie es wahrscheinlich gar nicht. Durchgestanden diese Leute damals um diese Kämpfe herum. Und wie alles, wie gesagt, verloren schien und man ihr den Hof noch nehmen wollte, den ohnehin geplünderten Hof von den Franzosen, wollte man ihr wegnehmen, da hat sie gesagt, nicht mit mir. Da hat sie dann eine Reise nach Wien gemacht. Jawohl. In einer Kutsche vom Passajertal zu den damaligen Verhältnissen, kann man sich vorstellen, ist sie bis nach Wien, um beim Kaiser vorzusprechen. Und von ihm zu verlangen, er ist ihr noch was schuldig. Wobei das sicher schwierig war, beim Kaiser vorzusprechen, weil Sie als die Frau von Andreas Hofer, das hätte nicht gut funktioniert haben. Man wollte sie nicht vorlassen. Also es waren damals große Spitzelwesen in Wien, also man hat es sofort beobachtet, da kommt die. Man hatte dann sofort gesagt, sie darf sich nur unter ihrem Mädchennamen eintragen, unter Ladurna. Zum Glück hat sie eine Hilfe gehabt von einem Weinhändler, ein früherer Freund von Andreas Hofer, der in Wien war, der Morandell. Und der hat sie auch hinüber begleitet. Zuerst ist er mit ihr zum Ursulinenkloster. Da war eine Schwester von ihr als Klosterfrau. Und dann hat er dreimal versucht, dass sie eine Audienz bekommt. Und man hat sie sehr unwillig empfangen und hat dann gesagt, sie müssen mal zuerst diese Zottelhaube vom Kopf nehmen und diese Tracht ausziehen. Dann hat sie gesagt, nein, das tut sie nicht. Und dann musste sie den Hofknicks lernen und dann endlich kam sie vor den Kaiser. Und der Kaiser hat dann gesagt, dieses Weib hat mich besiegt. Es war für den Kaiser eine kritische Situation, denn inzwischen war der Erzfeind Napoleon sein Schwiegersohn. Für den Friedensschluss musste er seine Tochter praktisch als Pfand sozusagen geben. Und das habe sie auch zu ihm gesagt. Eines bin ich froh, dass mein Mann nicht erleben musste, dass sein geliebter Kaiser sein eigen Fleisch und Blut dem Erzfeind ins Bett legt. Der geliebte Kaiser, den hatte der Andres Hofer schon gezeigt, wie er seinem Sohn den Namen von Erzherzog Johann gegeben hat. Ja, der Erzherzog Johann war ja der Bruder, war eigentlich Herzog in der Steiermark, hat aber Tirol sehr geliebt, ist oft gekommen und wurde natürlich vom Kaiser beauftragt, diesen Andres Hofer, der schon sich hervorgetan hat, als großer Führer und halt wirklich, der konnte die Bauern begeistern oder ihnen zureden, dass sie in den Kampf ziehen. Der war öfter da und er hat ihn als Freund betrachtet und hat dann seine Frau gefragt, ist das dir recht, wenn der Johann heißt. Dann war sie natürlich sehr glücklich darüber. Bei der Johann, die das fünfte Kind ist, davor waren vier Mädels schon im Haus. Drei Mädchen waren, dann kam der Johann, dann kam noch ein Mädchen. Der einzige Sohn war es. Diana hat eigentlich nicht nur das Kreuz gehabt, das sie ihren Mann verloren hat, sondern ihre ganzen Töchter hat sie miterleben müssen, wie sie gestorben sind. Ja, richtig. Also als sie wieder zum Sandhof zurückkam, sie hat erreicht, dass ihr der Kaiser eine Leibrente zugesprochen hat, so viel gegeben hat, dass der verschuldete Sandhof wieder in ihren Besitz kam und auch den Töchtern hat sie eine Leibrente gegeben und den Sohn, den Johann, der nicht Bauer werden konnte, weil er ja immer litt unter den erfrorenen Zähnen, also die Füße waren malediert, sein Leben lang, der durfte auf Kaiserskosten eine Schule in Niederösterreich besuchen. Du hast ja vorher gesagt, dass der Sandhof, durch das dann wieder gerettet worden ist, der war doch vor ihrer Hochzeit auch schon auf wackeligen Beinen. War das wirklich dann eine Liebeshochzeit oder war das eher ein Helfender, mit dem Besitz nicht im Bauchhabe geht? Also es war eine große Liebeshochzeit. Sie hatte ein bisschen Probleme gehabt, ihn durchzusetzen bei ihren Eltern. Er hat es sehr gut verstanden, hat dann schließlich und endlich ist er mit dem Kaplan von St. Leonhardt als Heiratsbegleiter, also auf den Hof gekommen und hat um ihre Hand gebeten. und man hat dann relativ kurzfristig die Hochzeit angesetzt, schon auf den Juli und die Brautausstattung war überaus. Das war damals so, wenn jemand eine Brautausstattung dabei hatte, eine Tochter, nach der wurde sie gemessen. Da hatte sie den gewissen Stand am Hof und als sie ankam und man hat die ganzen Kisten runter, dann haben die, weil das war so, da kamen die ganzen Nachbarn und haben die Stoffe angegriffen und ist das wohl was Gescheites. Dann haben die gesagt, er kriegt aber eine Gestopfte, also vollgestopft mit Reichtum. Und da konnte sie schon den verschuldeten Hof praktisch schuldenfrei machen. Aber was der Andreas Hofer auch hatte, er war sehr leichtgläubig und er hat sehr gerne spendiert. Also wenn die Leute, überhaupt die Obrigkeit, also wenn Geistlichkeit an den Hof kam oder Studenten, dann musste die Anne immer ganz groß auftischen. er hat aber nichts davon gehabt. Also sie sagte einmal, meine Mitgift schmilzt dahin wie die Puttra Mof. Die erste Lesung in der Wunderkammer ist schon hinter dir. Wie schaut es denn aus? Wann kommen die anderen Lesungen? Gibt es irgendwelche Termine? Wenn ich eingeladen werde, komme ich gerne. Spannend für mich, wenn die Lich, ob auch möglich im Passauertal irgendwas passiert, ob die nicht dann drauf kommen. Hoppla, da gibt es ein Buch über die Anne. Ja, was ich festgestellt habe, ist in Südtirol, ich bin ja zweimal sind und hin, ich war auch im Grab der Anna. Das war früher ein, ja, ganz das vergessene Grab, das hat das Land Tirol spendiert, also Nordtirol eigentlich, den Grabstein. Sie ist da gar nicht so angesehen, habe ich das Gefühl, aber ich weiß es natürlich nicht. Das war die beim Hofermuseum, die waren sehr entgegenkommend, die haben mir zum Beispiel die Liste der ganzen Gefallenen, nachdem die Franzosen noch einmal gekommen sind, von St. Leonhard zugeschickt. Also an und für sich habe ich, ich habe mir jetzt auch nicht erkundigt, ob ich da eine Lesung halten darf oder nicht, aber wenn jemand auf mich zukommt, dann mache ich das gerne. Ist irgendwas Neues auch für dich jetzt im Kopf, oder sagst du, aber das möchte ich auch ganz gerne mal schreiben? Ja. Ich habe es jetzt mit den starken Frauen. Es gibt einige, die uns im Lächter haben. Ja, das sind einige. Und zwar werde ich oder möchte ich, das weiß ich jetzt noch nicht, wie sich das entwickelt, ich bin draufgekommen, dass ich eine Urgroßmutter habe, das hat der Pfarrer von Steg mir gesagt, du hattest sehr starke Frauen als Vorfahren. Und die Frau, muss man sich mal vorstellen, die ist mit einem Kind nach Böhmen, mit einem gewissenen Soldaten nach Böhmen gezogen, hat es nicht sehr gut gehabt und hat da ein Kind bekommen und war schwanger und da hat man sie, hat sie geschlagen oder wie. Und dann ist die mit einem Kind an der Hand, mit einem Kind, das war ein Jahr alt, im Arm und mit einem im Bauch ist die von Böhmen wieder zurück zu Fuß nach Stehen. Dann sind wir gespannt über die nächste Geschichte für dir. Danke für das interessante Gespräch. Danke dir und alles Gute. Danke euch. Vielen herzlichen Dank.